Wir haben insgesamt 60 Bäume gepflanzt mit einem Auftragsvolumen von knapp 26.000 Euro. Es handelt sich um Birken. Mit diesen jungen Bäumen begleicht der Landkreis seine sogenannten Baumschulden. Das heißt, Bäume, die aus verschiedenen Gründen entfernt werden mussten, werden durch junge Gehölze ersetzt. Auch an der Kreisstraße zwischen Buggenhagen und Jamezow ist das der Fall. Ja, über die Jahre hinweg sowohl kaputt, altersbedingt ausgefallen, als auch gerade ein Stückchen weiter runter, da in der Senke. Da stehen sie im Hang und sind mehrere durch Sturmschäden umgefallen.